Mein Name ist Peter Borchers, ich bin Gründer und Leiter von Hubraum. Hubraum ist der Inkubator der Deutschen Telekom. Ich engagiere mich für die Unternehmerschule, weil ich glaube, dass es wahnsinnig viel Sinn macht, Unternehmertum zu fördern. Die Teilnehmer kommen in ein ganz großartiges Netzwerk und zwar in das Netzwerk der ESCP, der ältesten Wirtschaftshochschulen der Welt und auf der anderen Seite das Netzwerk des Unternehmerclubs Berlin, eine Vereinigung von sehr erfolgreichen, guten Unternehmern hier in Berlin. Ein Netzwerk bringt in verschiedenen Dimensionen Wert. Einerseits braucht man in schwierigen unternehmerischen Entscheidungen oft einen Sparingspartner, mit dem man sich unterhalten kann und dem man zur Rate ziehen kann, wenn es nach rechts oder nach links gehen soll. Auf der anderen Seite ist niemand perfekt und da ist es immer gut, wenn man Leute in seinem Netzwerk hat, die in verschiedenen oder einzelnen Dimensionen besser sind als man selber. Die kann man dann ganz gezielt ansprechen.